Yo, was geht ab, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute wieder in Köln und drehen den zweiten Teil von dem Idiotentest. Da der erste Teil so gut ankam, dachte ich mir, wir drehen den zweiten Teil und ja, wir schauen einfach mal auf die Reaktion und viel Spaß mit dem Video. Fred Perry? Hä? Das neue T-Shirt? Du weißt, ich war in der Türkei, ne? Aber Bruder ist von Deutschland, Bruder, egal was du denkst. Die zwei hübschen Blondinen, haben sie kurz Zeit und Lust auf ein Video? Eine kleine Umfrage? Ich such schon die ganze Zeit sowas wie sie. Echt? Ich brauch sie, ganz schnell, kommen sie schon, ganz schnell, ja? Zeit! Wohin? Wohin so eilig? Nach draußen! Ich fahr euch, komm, ganz schnell! Okay, ciao! Oh Bruder, wenn der will, dann bin ich ja großsam, ja. Heißt es die, der oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Nochmal, heißt was? Heißt es die, der oder das gerade Kurve? Die gerade Kurve. Die? Ja. Sicher? Ja, die gerade... Ja, okay. Die gerade Kurve. Was sagst du? Ach. Sicher die? Ja. Okay. Die gerade Kurve. Sicher? Was sagen sie? Ich höre nicht auf ihn. Die gerade Kurve. Die gerade Kurve. Okay. Die gerade Kurve. Die? Die. Sicher? Ja. Was sagst du? Ich höre nicht auf ihn. Die gerade Kurve. Die? Ja, die. Okay. Oh, hör mal auf. Was denn? Komm mal. Es gibt keine gerade Kurve. Oh, die erste, die richtig antwortet. Krass, okay. Okay. Es gibt keine gerade Kurve. Danke für die intelligente, Alter. Die gerade Kurve. Die gerade Kurve. Sicher? Ja. Was ist 4 plus 4 mal 4? 4 plus 4 sind, äh, links hat 8. 8? Mal 4 sind... Warte... Ah, ey, Jungs, 48. Bitch, okay. Okay. Mein 8 mal 4 ist... 24? Nein. Doch, 24. Sag's auch 24. Sicher? Sicher. Okay. Ja. 4 mal 8, ne? 4 plus 4 ist 8. Mal 4. Mal 4 ist... Ja. Ja. Das ist ganz verrückt. Wenn man so froh mit geht. Ja, ja. Also, 4 plus 4... 8. Mal... 4... 32. Okay, super. Ah, Gastron. 4 plus 4 mal 4. Hilf mir. 20. 20? Boah, der da. Bisschen Mathe-E-Kurs. Okay. Punkt vor Strich Rechnung. Boah, ist wie gesagt? Punkt vor Strich Rechnung. Komm mal hier, ihr wisst doch alles. Komm mal. Ich mag nicht. Erzähl mal. 4 plus 4 mal 4. Nein. Sag du. Punkt vor Strich ganz easy. Ja. Ja. 4 mal 4. Ja. 20. 20. Richtig. Super. Punkt vor Strich. 4 mal 4. Ganz kurz. Ja. Digga, was willst du denn? 10. Das... 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 Ganz kurz. Zeig mal, ne? Zeig mal, ne? Zeig mal, ne? Zeig mal, ne? Ich suche das. Das darf doch nicht richtig ausgedacht werden. Du brauchst auch noch gleich. Digga, ich muss rechnen. Rechn mal. Okay. 4 plus 4 mal 4. Ja. Ja. Also 4 mal 4 sind... 4... Das sind 16, oder? Ja. Nicht 20. Ja, 16. 16. 16 mal 4. Ja. Wie viel? 46. Warte, 56. Ja. Ha! Gar nicht! So. Die ist bestimmt noch die Schülerin. 20? Ja. Was sagst du? Ich sag gar nichts. Sophie, was sagst du? Wie viel ist es denn? Ey, okay. Ich sag's. Das war richtig. 20. Punkt vor Strich Rechnung. Wenn du vor einem Rennen den letzten überholst. Wie viel bist du dann? Den letzten überholt hast? Ja. Der vorletzte. Oh nein, warte. Das ist dein Witz, glaube ich. Den letzten überholt hast. Den letzten. Ja, dann der erste. Der erste, ja. Vorletzter. Nein, gar nicht. Was denn? Doch. Nein. Wenn man über 100 hat. Erster, ja. Erster, stimmt. Vorletzter. Vorletzter? Was sagen sie? Ja. Vorletzter? Okay. Der vorletzte. Der vorletzte? Ja. Was sagst du? Also, wie nochmal? Wenn du bei einem Rennen den letzten überholst. Wie viel bist du dann? Vorletzter. Vorletzter, genau. Der allerletzte? Ja. Der allerletzte? Ja. Sicher? Nein, warte mal. Wenn du bei einem Rennen den letzten überholst. Den letzten überholst. Ach so. Der vorletzte. Ja. Vorletzte? Okay. Der zweiter. Der zweiter. Ah nein, den letzten. Ich habe verstanden. Den zweiten. Warte. Ja, letzter. Ist dein letzter, ne? Okay. Der vorletzte? Vorletzte? Ja. Ja? Ja. Sicher? Nein. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Ja, das ist mein Job. Der vorletzte. Vorletzte, okay. Toms Mutter, drei Kinder. Trick. Trak. Und? Druck. Kann sie sie. Tom. Tom, ja. Scheiße, okay. Tack. Tack? Tick, Trak. Tick, Trak. Was sagst du? Tru? Truck. Trak, oder so. Krank, ne? War schon fast richtig. Druck. Was sagst du? Ich sag einfach Tack. Kack. Okay. Ganz schnell. Trick, Trak. Trock 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 Okay, okay Buchtabiere mir bitte Rondevu R E N D E V U S O O O O O O O O O V O U O V O O O N E Nein Ron Wir lassen es bei Ron R Oh Gott I O U U D, E, V und O. Ist es U, Z oder? Ja. U, Z. Ne? Ne. Sondern? C. S. S. Es ist S. Ich hab gedacht Z. Französisch war auch nicht so mein Ding. Ne. Auf keinen Fall. R, O, U, N, D, E, V, O, U. O, U, O, O. Fast richtig, ja? Französisch? Nein. Salut, comment tu s'appelles? Weiß ich nicht, versuch mal. R. O, N, D, E, V, O. Ja. O. Ja. U. U, und? E. Ja. Hey, ich wusste das doch. Hast du einfach geraten? Ja. Krass. Ey, Blondinen sind doch nicht so wie man immer denkt, ne? Also wirklich. Welche Klasse ist noch zu... Französisch gab's noch nicht, okay. Wusste ich, sag dir doch, ne? Ja, versuch's. Sag du, komm, sag du. Sag du. R, O, U, N, D, V, E, U. So? Du hast noch ein ganz anderes Wort gesagt. Table oder so. Das war komplett anders. Nein. R, O, N, D, E, V, O, U, Z. Fast. Fast. Letzte Frage. Weißt du es? Sag mal. Nein. Sag mal. R, A, N, D, E, V, O, U. Von wo hast du das A rausgeholt? Mit E war schon richtig. Ah, mit E. Rende wo? Rende wo? Rende wo? Heißt es? Acht plus sieben ist 13 oder acht plus sieben sind 13? Acht plus sieben sind 13, mit der Mehrzahl. Sind, ne? Ja. Okay. Sind. Sind auch. Sicher? Sicher. Ja. Okay. Ist. 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 Sicher? Ist. Ist gleich. Ist gleich. Ja. Acht plus sieben ist 13. Ist. Was sagst du? Ja, ist auch ist. Okay. Dramatisch gesehen? Ist. Ist, oder? Ist. Das ist gar nicht das Ergebnis. Nochmal. Acht plus. Boah, ey, Digga, die wissen einfach alles. Was ist denn los? Keiner wusste das. Aber krass, super, ja. Das... Dramatisch gesehen. Sind, oder? Sind, sagst du? Ja. Wo? Herr Rohr. Herr Bauer? Herr Rohr. Herr Rohr. Herr Rohr. Herr Rohr! Guck mal hier! Sind. Sind. Ist. 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 So, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dieser zweite Idiotentest hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr ein paar Quizfragen habt, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace!